Hallo zu Hause, ich bin der Oliver und ich habe die Celine mitgebracht. Wir zeigen euch jetzt eine Übung, die zwei Kinder oder auch Erwachsene mit Kindern zu Hause machen können. Nennt sich Fahrradfahren und kräftigt die Hüftbeugemuskulatur und die Bauchmuskulatur. So, also ihr setzt euch gegenüber, die Füße berühren sich. So, wir stützen erstmal mit den Händen ab und jetzt fahren wir erstmal Fahrrad. Ganz genau. Das ist noch relativ einfach, aber ihr werdet merken, wenn ihr jetzt versucht, die Hände wegzunehmen, da wird es schon richtig schwierig. Verloren hat, wer als erstes, Umfeld.